Ich denke, ich könnte mir mal so ein Berserker-Ding. Was meint er? Wir haben halt im Gegend mit vier Flag-Carries drin, ne? Holy moly. Ich weiß nicht, wie wir da irgendwie die Flagge verteidigen wollen. Oh, die rennen wir alle durch. Ah, ne, doch nicht da. Der rennt auf jeden Fall durch. Der rennt durch. Okay, niemand hat gefeitet. Jo, der rennt weg. Der lümmelt. Oh, oh. Der hat sie die Druiden. Lassen sie mich in Ruhe. Beinmal kommen da vier Katzen aus dem aus dem Stealth-Rib. Am schnellsten ein Kleintier finde und fange. Für die Rune Schwäche aufdecken. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, was es sein soll. Muss ich sagen. Tut mir sehr leid. Ich habe keine Ahnung, was Rune Schwäche aufdecken muss. Sorry. Für die Hunter-Rune. Ich habe die noch nicht gemacht. Da kann ich dir nicht weiterhelfen. Tut mir sehr leid. Ich hoffe, ich kann ihn noch einmal zappen oder so. Ein bisschen aufhalten. Aber ich muss nur Zeit schinden gerade. Also hier ist auf jeden Fall ein Human Rogue noch in der Nähe, der rumsteht. Ich habe verfehlt. Ich bleibe noch. Let's go. Aber ich habe auf jeden Fall ein bisschen Zeit geschindet. Der ist immer noch da im Blind. Ist das ein Tank? Paladin, ja. Wird auf jeden Fall lustig werden. Eigentlich keine Zeit für den Druiden. Müssen wir nicht weitergehen zu dem Paladin. I don't have time. Ich muss zum Paladin gehen. Irgendwie ran hier. Mal Rüstung runtergenommen. Ah, da wird zu viel. Oh, leider. Aber unsere Flagge ist auch durch. Schon mal ganz gut. Oh, doch. Wir haben den Daumen bekommen. Tatsächlich. Das Gute ist, mittlerweile haben wir Mortal Strike. Das ist das Gute. Also, Krieger hat Mortal Strike. Deswegen sollten einige Leute schneller fallen. Sonst ist ein Nices. Ich habe Wound Poison. Das muss ich fünfmal hochstacken, leider. Wound Poison ist ein bisschen mehr hier. Ich nehme mir den mal mit. Die Defen auf jeden Fall mit drei, vier Leuten. Die Frage ist, kriegen wir den Line Down in den EFC? Das ist ja das hier, ja. Das ist auf jeden Fall irgendwie alleine hier im Tunnel drin. Ich bin nur 20 Sekunden auf dem Ding. Aber ich bin komplett alleine. Wie soll ich den machen? Vor allem alleine im Bär. Der ist echt normal. Also, der Warlock wird gleich getötet. 100 Pro. Die gehen wir den so weg. Wann ich am besten den Studenten vor der benutze? 37, 38. Schaffen wir den? Das Ding ist, alleine würde ich den Doodle nicht mehr schaffen. Ich glaube, wir suchen den mal irgendwie zu töten. Aber der ist nicht dead. Da ist eine Katze. Die sind immer noch so nur zu zweit. Die laufen alle unten rein. Ich habe allen gesagt, die sind auf dem Roof drauf. Alle rennen nach unten. Ich sage den Roof, alle rennen runter. Der Klassiker. Man kennt es. Ja, sehr gut. Ja. Da schlatscht so lange Questreihe. Ja. 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 eine Heilung hier. Meint ihr, der gibt mir ein Heal? Dann kann ich ihm mitlaufen. Ja, wenn mir ein Heal geht, kann ich glaube ich weiter mitlaufen. Ich habe mir angeschrieben, ob mich einmal kurz reinhielt. Er guckt mich auf jeden Fall an. Keine Heilung, okay. Ah doch, da kommt sie, sehr schön. So, ich gehe mal EFC. Ich werde ihn erstmal wieder zappen und blinden und so. Ein bisschen Zeit. Da kommt er raus. Ich habe einen Sprint in 30 Sekunden. Und ich habe auf jeden Fall Ding nice, sehr gut. Oh, das ist ganz gut. Wenn ich hier jetzt langläufe, dann vielleicht snacken. Er ist schon mal Bär gegangen, Mist. Nicht im Bär, nicht im Bär, nice. Er ist nicht im Bär. Okay, getrinketet. Gebe ich ihm Stun oder ein Armor Reduce? Ich mache mir nichts. Ich warte mal, bis er seine Form switcht. Mein Flight switcht dann nochmal. Ja, da da geswitcht, dann nehme ich Stun drauf. Wenn ich ihn im Bär ist, dann macht es halt nicht so wie Value. Deswegen. Habe ich extra mit meinem Combo-Punkt gewartet, ja, dass wenn er aus dem Bär rausgeht, dass ich ihn dann Stun kann. Weil dann kriegt er Damage. Ein Bär, Justus, er macht es alles wenig Sinn. Sehr, sehr geil. So. Dann würde ich jetzt einmal kurz Rippen gehen. Und dann versuche nochmal die EFC zu holen. Bin ich hier Ripp? Ja. Also, ich kann nochmal essen gehen oder so. 30 Sekunden. Ne. Also, wenn er ein Bär ist, hat er super viel Rüstung. Und wenn er kein Bär ist, hat er nicht so viel Rüstung. Deswegen willst du den Stun, wenn er nicht so viel Rüstung hat. Äh, hallo Sul. Ein Wunderschön. Danke für den Chat. Hallo. Ähm, Schlafsack habe ich auf 25 geholt. Äh, danke für den Prime-Sack. Jeff cool. Hast du einen Prime? Hau ihn rein. Danke für den Support. Äh, können Shamans Flüche dispellen? Ne. Das geht nicht. Du kannst jetzt Shamans aber hier und so weiter wegmachen. Ähm, Flüche dispellen können nur Mages und Droiden. Mehr kann das... Ich glaube, mehr kann das nicht. Mages, Droiden können das machen. Ähm, die Bonbons würde ich nicht mit 25 nutzen, aber den Schlafsack würde ich ASAP holen. Der würde mich chargen wollen. Komm mal out of range. Bitte kein Fairyfire, bitte nicht. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Yo, Spaten. Danke für den... Tier 1-Sub. Danke für das Sub-Gift auf meinem Kanal. Danke, danke dafür. Ein Wunderschön. Danke für den Support. Okay, Devon hat die Flagge geholt. Devon ist... What is'n das für'n Ding? Ein Paladin. Das ist wieder der Tank. Ähm, das Add-On, was die Cooldron-Zeit in Action-Bars anzeigt, ist kein Add-On. Das ist eine... Option im Interface. Okay, wie viele Flackeries haben die? Der eine verliert die Flagge. Der nächste ist drin. Hol die Flagge. Frage ist halt, wo er kommt. Ich denke, der wird Ram gehen oder Friedhof. Zum Bein. Ich meine, wenn ich hier stehe, sollte ich eigentlich... Ich wette, der geht eher Friedhof. Weil hier sind die ganzen Leute. Kann das sein? Ja. Hab's gewusst. Wenn ich so gehe, müsste ich ihn abfangen können. Mit der Linie. Infosuit-Videos sind sehr gut. Freut mich sehr. Und danke, danke für den Support. Und das freut mich sehr, freut mich sehr. Hat geklappt mit dem Abfangen. Oh, ich hab kein Dings mehr. Ablenken. Das war gut. Zum Glück, ich Rüstung zerreißen drauf. Das hilft gegen das Ding. Gehe ich mir den irgendwie down. Oh, das ist nicht gut. Ich gehe nochmal re-stealven. Gehe nochmal ambushen. Oh, fehl. So, ich warte nochmal wieder auf den Stun hier. Obwohl. Sehr schön. Ich hoffe, der kommt durch, der Warlock. Nee, playt Adam mit dem Combo-Punkt. Das ist eine Weak-Aura. Tatsächlich. Ich hab seitdem hier live zu schauen wieder Motivation für SUD bekommen. Freut mich. Das Gute ist halt bei SUD. Du kannst halt super entspannen dem Beispiel. Du musst jetzt nicht deine ganze Zeit rein investieren. Na, hallo, Dongklongs. Nein, wunderschön. Wie geht es so? Das ist das Coole. Ich glaube, der ist durch. Ich glaube, das ist ein GG, Leute. Ich hätte gedacht, wenn der Gegner vier Druiden hat, schaffen wir das niemals. Aber ich habe so viele Flaggen zurückgebracht. Flaggenzurückbringer Number One. Ja. Ja.